Mit HFC Viktoria. Und da haben wir das 1 zu 0, Viktoria die Nummer 2, der Nils, sein fünfter Turniertreffer, also er ist absolut treffsicher, fünf Tore bereits, er zielt. Und Viktoria erhöht auf 2 zu 0, der Jamie trifft hier auf dem Parkett. Und jetzt, die Verstattung. Hinter. Und wieder zuständig. Weiter. Was mehr Breite. Und jetzt? Du kannst noch leicht. Fehler. Passt nicht. Passt. Kann ich spielbereit sein. Verantwortung übernehmen. Genau, weiter geht's. Wenn die geht. Hinten weg. Genau. Spielen. Fehler. Da ist noch Zeit zu wenig. Komm, wieder. Erdeck da. Hey. Was wir das tun? Los. Leute, Schurlo. Fehler, du musst keinen Posten decken. Luis, Luis, Luis. Geht nach vorne, wo du hier bleibst. Und Ordnung. Bei uns. Bei uns. Schurlo. Wie vieles. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Bei uns. Wir dürfen auch vorwärts gehen. Wir sitzen ernstlich. Vorwärts. Aber noch nicht durch. Für die nächste Partie bereiten sich vor der VfB Mömerseburg und Hansa Rostock für beide das letzte Spiel heute. Und auch für Viktoria und dem HFC natürlich die letzten Partien. Wir werten nach dem letzten Spiel die Tabellen aus. Die Mannschaften, die heute leider ausscheiden, bitten wir dann nochmal aufs Feld zu kommen. Nach Spiel 20 zu einer kurzen Sicherung. Und die Mannschaften, die sich qualifizieren, das heißt 1 bis 3 belegen, sehen wir morgen wieder. Start ist 10 Uhr. Spielplan ist bei meinturnierplan.de online. Geben wir natürlich nachher auch nochmal aus. Imo Hansa, genau, das nächste Spiel. Wir sind super unter Zeit, das heißt, wir werden noch pünktlich das Turnier heute beenden. Und am 14.30 Uhr geht es dann mit der Nachmittagsgruppe C&D weiter. Unter anderem mit der WSC Hannover 96, Spalter Prag, VfB Wolfsburg, Union Berlin und so weiter und so fort. Und der Schnitt aus knapp 17 Metern aus dem Standfass sagt er noch 3-0 für Viktoria, die Nummer 15. Das ist unser Dennis, der trifft hier, wie er denn möchte. Und Viktoria ist somit auch qualifiziert für morgen. Und vielleicht sehen wir noch ein Tor mehr. Ansonsten, liebe Zuschauer, Sie können sie morgen nochmal sehen, definitiv. Die sind weiter, die Daliner. Und der ist, der hat heute Lust, das Mittag war lecker. Und dann schießen wir halt mal 2 mehr. Sechster Turniertreffer und wir haben ja noch morgen jede Mannschaft garantiert 5 Spiele. Also genug Zeit für Tore, Tore, Tore. Und dann gleich noch die Nummer 3 hinterher. Der macht das 5-0. Das ist der, gut, dass ihr mitmacht. Einer macht hier hinter mir nicht mit. Das ist der, der macht hier absolut mit. Kommt er auch wieder. Wie geht das, das wird? Auf, aufgenommen. Wenn es weg ist. Verantwortung. Genau. Sehr gut. Klappe Ball. Weiter geht's, komm. Bernd, ist er einig. Und dreist es wieder, sie geht. Du guckst nicht zum Ball. Verantwortung über dich, komm. So, der Erik wird jetzt die letzten drei Spiele übernehmen. Ich mache meine zweite Mittagspause. Du wirst die letzten drei Spiele begleiten. Liebe Zuschauer, bitte nicht einschlafen. Der Erik ist ein sehr netter Mensch. Unterstützen Sie ihn, indem Sie wachbleiben. Ja, okay. Ja, Mario, danke für nichts. 6 zu 0 für Viktoria. Torschütze Sebastian mit seinem fünften Turniertor schon. Klare Sache hier für Viktoria gegen den HFC. Ja, und wir freuen uns dann schon auf die nächste Partie, während hier die letzte Spielminute angebrochen ist. Ivo Merseburg gegen Hunter Rostock. 1,2,3. 1,2,3,5. 1,3,5. 2,3,5. Sehr schön, 3,5. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR